Wir fetzen da einfach bis zu 140, 145 da runter und das Material verzeiht ja keinen Fehler mehr. Wenn was passiert oder die Sprungposition stimmt nicht mehr, dann ist halt der Fehler gravierender. Also wirklich das Karriereende war das auch von Daniel. Ja, da hast du ein 120 gerade drauf. 100 bis 120. Ich freue mich, was ich gesagt habe, eines der einfachsten Stücke der Strecke. So ist es, ob ich das habe. Mal lieber escape. Mal eine. Mal aber nicht. Mal diese, bei uns. Malen. Mal. 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 Und meistens sagt man halt, wenn man gemeinsam trainiert und es ist jemand unter zwei Sekunden bei einer Herrnzeit dabei, bei der Pestzeit, dann ist man schon richtig gut gefahren. Untertitelung des ZDF, 2020